Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Gruppenrichtlinie erstellst, die beim Anmeldevorgang ausgeführt wird und nach dem Anmeldevorgang eine Warnung anzeigt, dass wir nicht mit der Domäne verbunden sind. Dazu logge ich mich als max.administrator ein, das ist logischerweise ein Admin-Account. Ich starte den Editor und schreibe MSG-Box für Message-Box zum Beispiel Warnung, nicht mit Domäne verbunden. Speichere das Ganze irgendwo ab, lege das jetzt einmal auf D und nenne das ganze Login-Skript. Achtung, ich speichere das jetzt als VBS ab. Danach schaue ich in den Explorer und versuche das Login-Skript zu starten und dann sollte so eine Warnung aufgehen. Der nächste Schritt ist, ich gehe wieder zurück auf den Startbildschirm und gebe gpedit.msc ein. Das ist der lokale Editor für die Gruppenrichtlinien. Ich habe hier nun zwei Arten von Richtlinien, die für die Computer- und die für die Benutzer-Konfiguration. Ich gehe nun unter Benutzer-Konfiguration auf Windows-Einstellungen, Scripts und auf Anmelden. Hier bei Scripts sage ich nur hinzufügen, durchsuchen und verweise nun auf D-Login-Skript, wo sich mein Login-Skript befindet. Bestätige das dann mit OK und OK. Windows aktualisiert in der Standard-Einstellung diese Gruppenrichtlinien alle 90 Minuten. Damit wir das bereits jetzt sofort sehen, starten wir hier über Windows-X oder rechte Maustaste eine administrative Eingabeaufforderung und geben gpupdate.ms ein. Das Ganze erzwingt die sofortige Umsetzung aller neuen Gruppenrichtlinien. Wir warten nun, bis das Ganze fertig ist. Das Ganze ist nun fertig und wenn ich mich nun mit dem anderen, oder wenn ich mich jetzt ab- und anmelde, sollte ich diese Warnung sehen. Teil 2 der Übung ist nun, die Gruppenrichtlinie zu setzen, um für normale Benutzerkonten auf dem Rechner die Systemsteuerung nicht zugänglich zu machen. Dazu darf ich jetzt aber nicht wieder in gpedit.msc reingehen, denn dieser Gruppenrichtlinien-Editor gilt immer für den lokalen PC und alle Benutzer. Da ich jetzt nur eine einzelne Benutzergruppe haben möchte, starte ich die Microsoft Management Konsole und füge über Datei, SnapeIn hinzufügen, die Gruppenrichtlinien hinzu und sage hierbei Durchsuchen dieser Computer und zum Beispiel Nicht-Administratoren. Lokaler Computer, Nicht-Administratoren, Fertigstellen, Ok, jetzt habe ich hier die Richtlinien für Nicht-Administratoren. Wenn ich das gleiche wieder mache, komme ich wieder zu den Administrator-Richtlinien, beziehungsweise zu denen für alle Benutzer. Wenn ich hier Nichts auswähle, bin ich bei den Richtlinien für alle Benutzer. Das gleiche wie wenn ich gpedit.msc auswähle, komme ich nur hier hin. Jetzt sage ich Nicht-Administratoren, Benutzerkonfiguration, administrative Vorlagen, Systemsteuerung, Zugriff auf Systemsteuerung und PC-Einstellungen nicht zulassen. Ich klicke es doppelt an und kann hier sagen Nicht-Konfiguriert, aktivieren oder deaktivieren. Aufpassen, hier steht Nicht-Zulassen, das heißt wenn ich es auf Aktiv setze, blockiere ich die Systemsteuerung für Benutzer. Klicke auf OK und das Ganze, wie man hier sieht, ist aktiviert. Um das Ganze jetzt wieder sozusagen einzuschalten, muss ich 90 Minuten warten oder ich gebe wieder GP Update Force ein. Und sollte es natürlich auch richtig schreiben. So, die Gruppenrichtlinie sollte nun aktiv sein und ich werde mich nun via max.benutzer anmelden und schauen, was jetzt passiert. Ich kann jetzt hier in die Systemsteuerung gehen. Der Vorgang wurde aufgrund von aktuellen Beschränkungen auf dem Computer abgebrochen. Wie man sieht, ich komme hier nicht und auch über den Explorer nicht in die Systemsteuerung bzw. es wird mir hier gar nicht angeboten. Egal was ich mache, ich komme nicht hin. Dieser Account hat logischerweise jetzt nur Benutzerrechte und zusätzlich habe ich noch die ganze Systemsteuerung gesperrt. Man sieht jetzt ebenfalls die Warnung, die wir vorher als Start-Skript definiert haben. Das Start-Skript gilt für alle Benutzer am lokalen Rechner. Was die Warnung betrifft, die man hier sieht, die kommt auch bei Administratoren. Den Zugriff für die Systemsteuerung, der wurde allerdings nur für die Benutzer eingeschränkt. Wenn ich auf den Administrator-Account hier wechsle, sieht man, ich kann genauso hier in die Systemsteuerung rein und sämtliche Einstellungen ändern. Ein letztes Werkzeug möchte ich noch kurz zeigen. Das finde ich unter ersop.msc. Diese Warnung kann man ignorieren, das sagt mir nur, dass ich Benutzer bin und kein Administrator. Aber, weshalb ich nicht Zugriff habe, alle Richtlinien zu lesen. Das Ganze ist der Richtlinien-Ergebnissatz. Langes und schwieriges Wort. Sagt nichts anderes, außer, dass ich hier alle Richtlinien, die ich eingestellt habe, anschauen kann. Hier werden nur die von mir festgelegten Richtlinien angezeigt und für welche Gruppe das Ganze aktiv ist. Wozu brauche ich das Ganze, wenn ich nicht mehr weiß, was ich vor ein, zwei Jahren auf diesem Rechner konfiguriert habe. Und im eigentlichen Bearbeitungs-Tool des Ganzen, muss ich jetzt wieder zum Administrator-Account wechseln. Wenn ich hier nicht alles durchklicken möchte und schauen, wo steht nicht konfiguriert, das heißt, es ist nicht eingestellt worden oder wo habe ich irgendeine Richtlinie aktiviert oder deaktiviert. Das ist sozusagen ein Anzeige- und Kontroll-Tool, mit dem ich schauen kann, was gilt für den aktuellen Benutzer und den aktuellen Rechner als Richtlinie. Hier sehe ich auch die Start-Scripts, die ausgeführt wurden, wann zuletzt und so weiter. Das war es nun zu den Gruppenrichtlinien.